Der kleine Prinz. Ja, davon gibt es nicht nur ein Buch, was ich jedem sehr ans Herz legen möchte. Nein, davon gibt es auch eine Serie. Und wie klänge wohl das Intro dieser Serie, wenn es von Ghost wäre? Gitarre. Ein Nameless Ghoul spielt das. Und damit ihr noch ein bisschen mehr hört, auch dies. Ja, das wird an der Seitenfraktion ziemlich easy. Nun zum Bass. Der macht einfach mit. Und A Nameless Ghoul spielt zum Beispiel das. Ihr merkt schon, das wird eine harte Nuss. Dann gibt es bei Ghost natürlich auch Klavier oder Orgel. Auch gespielt von A Nameless Ghoul. Ich erkenne ein Schema. Und das klingt in Kombination zum Beispiel so. Und ein weiterer Nameless Ghoul spielt Schlagzeug. So, dann haben wir jetzt alle namenlosen Ghouls. Jetzt fehlt nur noch Papa Emeritus am Gesang. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ganz still, im Universum riesengroß. Unendlich weit und grenzenlos. Wart ich, wann kommt dein nächster Brief zu mir? Von Planet zu Planet, wohin die Reise geht? Kleiner Prinz, du bist fern, fliegst mit Fuchs von Stern zu Stern. Und du weißt, was man auch tut. Mit dem Herzen sieht man gut. Und du weißt, was man auch tut. 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 Und du weißt, was man auch tut.